Der kürzeste Golferwitz. Ich kann's. Möchte Spaß haben. Ich war gestern schon gut und heute werde ich noch ein bisschen zacken. Mal drauflegen. Besten Eindruck als gestern, hoffe ich. Ein wunderschöner Tag. Dein letzten Tag? Super. Ich kann's. Besser sein. Der kürzeste Golferwitz. Sehr stark angefangen und sehr stark nachgelassen. Da hätte ich meine Bälle gespielt, wäre top gewesen. War ja wohl super 4. So lang. Nochmal. Nochmal was? Zum Weglaufen. Wie wird gestern? Scheiß war dein Tag? Was war dein Tag heute? Gar nicht gut. Wird auch nicht besser. Der war sonnig, warm und angenehm. Ist ja ganz gut. Ich habe gehört, du hast was gewonnen. Ja. Was? Pinken Akkuschrauber. Das sind jetzt nicht so gut. Der kürzeste Golferwitz. Warum spielst du denn den Kurs weg? Ich kann's. Wirklich? Ja. Bitte fass. Sehr gut. Sehr gut. Oh, das wäre schön. Das wäre richtig, richtig toll. Du glaubst gar nicht, wie schön das wäre, du. Also wenn wir das so machen, das wäre ein Ding, du. Mann, wäre das toll. Danke fürs Sponsoring. Der Fahnen. Neun. Yeah. Wie war dein Tag? Gestern oder heute? Gemeinschaftlich. Besser als gestern. Gestern hatte ich sehr viel gefahren. Super. Sehr gut. Sei ehrlich. Fünf. Ich habe ein Strich gemacht. Fünf. Wie läuft's? Na ja. Na ja. Schön auf dem Strand gelegen. Aber wie war der Tag? Heute läuft besser als gestern. Sehr gut. Das ist nur sechs. Das ist eng. Du verdammt noch mal auf der Neun. Eine Fünf. Wie? Die sechs. Mit dem Pärchen. Mit dem Pärchen. Mit dem Pärchen. Die Nahrung hatte ich zu mir genommen nachts. Sehr gut. Oh, super. Ich habe aber irgendwie zu viel Gurke gestern Abend gegessen. Das ist nur ein nicht. Da ist nur ein bisschen zu viel. Ich habe einen Fall verbreitet. Das ist nur ein bisschen zu viel. Wie lief es bei dir? Heute spielen wir auch mit Männchen. Wie lief es bei dir? Freischläge sind sehr sensationell. Die anderen sind sehr gut. Wie lief die neuen? Der Onkel ist eben nicht weit gescheuert. Wer gelaufen bei dir? Sandy Bury, mein Lieber. Nein. Wie lief es? Super, super. Gummi, was sagt der Sponsoren-Slide? Medium. Was ist da hinten los? Auf Medium. Und der? Die Spinnemittel. Die Spinnemittel. Dasselig ist. Wie lief es. Der Schwinchen. Der Schwinn ist schließlich gut. Zatange der Schwinn. Auf der Schwinn des Schwinn. Immer weg. Der Schwinn. Die Schwinn ist großartig. Der Schwinn liegt ein. Untertitelung des ZDF, 2020